74.03.2425 Logbuch-Eintrag Meine Crew und ich nähern uns der abiotischen Atmosphäre des Mannes. Auf der Suche nach neuen Energiequellen durchforstet unsere Art seit Jahrhunderten das Weltort. Wir sind nun seit einer Ewigkeit unterwegs. Unsere Blätter beginnen langsam zu welten. Einer meiner besten Männer hat bereits Schimmel angesetzt. Bei einer Mission auf dem Planeten Uranus haben wir fast die Hälfte unserer Population verloren. Doch nun erscheint ein Silberstreif am Horizont. Kipp! Unsere Sensoren empfangen vielversprechende Daten von diesem Planeten. Allerdings scheint etwas Unheimliches, etwas Großes und Unbekanntes ebenfalls dort zu sein. Was auch immer es ist, es wird uns nicht auffangen. Das ist eine Suche nach Zombie gloves, schepp auf dem Planeten. Oh! Schuss wird das Haus gebl Auch an ihr seit Jahrhunderten. Oh! Ära Musik So. Wir setzen zur Landung. 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 Wir setzen zur Landung.